hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren folge von gta online deadline wieder am start jay christian und peder werden heute von mir ausradiert auf einer neuen karte vor allem nein christian doch 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 das muss ach komm letztes mal hast du gewonnen alter also ok damit habe ich jetzt nicht gerechnet springen nicht gut alle sind voll viele sachen im weg einfach aber was ist denn hier los das ist so als sie sich was einsammeln da konnte ich nicht da konnte ich nicht mehr raus da ist ja leider gejumpt ach komm peter hat er angetäuscht jawohl stirb alter was passiert denn jetzt hier gerade was soll denn das hier wir sind alle ich hab drei leute gekillt und dann mich selbst also sepp wenn er da stein ist oder so da musst du bei mir drauf schalten ich bin zwei meter oder fünf ne fünf meter in die luft geflogen ey das war super lustig kacke holy shit wahrscheinlich immer noch so heiser oh nein oh nein peder ist genau da rein was ich jetzt auch nicht ändern können außer peder ne ich kann alles gut alles gut alles gut ach hier ist Kartenblöde oh no oh fuck dir sepp naja peder ja schade ne wo kommt der denn her stirb oh nein dabei soll es nicht sterben scheiße ja mann peder fucking huren smith ausgelöst äh das sieht nicht gut aus ey ich hab nur zwei Leben fuck you dude hahaha oh nein er hat irgendwie selber getötet nein er hat irgendwie selber getötet da war leider kein platz mehr ach da ist er noch durchgekommen gerade oh no jay so nicht mein freund scheiße oh nein fuck sigh nein dann werde ich jetzt sterben da werde ich jetzt sterben NAAHAHA hila herself du bist so n arsch ey da mag dir das selbstvers关 lieber ach Christian accident er habe mich gekillt scheiße das war super aha ich habe Jay gekillt mal so nebenbei so ööhöööö ich kenne ihn ja früh auf Neeeeeeeen ach Christian Dein Streifen war halt noch da und ich kam halt nicht um die Ecke, du bist halt so fies um die Ecke gefahren. Oh nein. Boah scheiße. Und Jay fährt eiskalt, wieder in meinen Strahl rein. Ich kill zwar nicht alle, aber immer in Jay, das reicht. Peter müssen wir noch ein bisschen dezimieren hier mit einem Leben, finde ich. Peter kann halt nicht immer gewinnen, ne? Oh oh. Sepp dezimiert sich gerade sehr. Ja sonst wäre ich bei Peter reingefahren, das wäre krange gar nicht. Dieses scheiß Spring, ich bin gesprungen. Ja, das Springen funktioniert bei mir auch leider nicht immer, also das finde ich auch scheiße. Findet eigentlich ganz nice. Ist das brennende Frack von Peter fucking Huren-Smith. So Sepp, jetzt hauen wir nicht hier ab. Ich versuche nicht abzuhauen, ich versuche Christian zu finden. Scheiße. Ich versuche es Christian zu finden. Ja so. Ja hab ich schon gefunden. Hast du Christian richtig gut gefunden. Ja. Irgendwas passiert hier gerade bei mir, ich sehe nur schwarzen Bildschirm, ah ok. Ich sehe Sepp zu. Ey danach stürzt das Spiel ab. Ja Sepp, das wird aber so nix, wa? Nö. Doch. Ach krass. Hahaha. Die haben leider weiter gefahren. Christian. Hallo. Oh. Wieso warst du denn so schnell? Sepp wie farbiert bist du eigentlich? Ja. Christian, da warst du auch richtig schnell, alter. Boah Christian ey, alter. Geht ja gar nicht. Okay, 101 sich dann richtig. Also quasi ein Leben versus ein Leben so. Ja. Ja. Ein Leben für ein Leben. Ihr seid doch genau gleich. Boah, da kam der Jay aus dem Nichts. Kacke. Das schaffe ich nicht. Ist da oben? Wo ist der denn? Ich hab keine Ahnung wo er ist. Jawohl. Den hab ich. Den hab ich. Da kommst du nicht mehr durch. Was? Da bist du durchgekommen? Wie bist du da durchgekommen? Du hast die Kunde nicht zugemacht. Da war ne richtig kleine Ecke noch frei. Ja jetzt bist du am Arsch. Jetzt bist du gerade kippt. Ne 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 ne. Komm schon. Ach komm der Leta. Ja ne ne. Jawohl. Der Leta finde ich nach. Der Christian hat richtig gut gemacht. Boah Christian du warst so stark. Fett Christian. Danke. Danke Christian. So Jay ist in Führung. Und wir versuchen ihn natürlich vom Thron zu schmeißen. Gar nicht so schwer eigentlich. Aber wir versuchen es trotzdem. Fuck you Jay. Fuck you Jay. Hast du den? Oh nein. Und dann fängt sein Strahl an. Was ist das denn jetzt gewesen? Wow. Und ich war der Anfang gegen Jay. Wie peinlich. Ey was war das denn? Du Wichser. Oh Leut. Oh Leut. Das kann nicht sein. Oh Leut. Ja. Oh was. Da kannst du noch rüber ziehen. Ja ich hatte Boost mein Freund. Oh nein. Wieso haben die denn immer alle Boost? Ach scheiße. Da würde ich Jay ficken. Ne ne. Ne ne. Ne alles easy. Ernsthaft? Ach nicht dein fucking ernst. Oh oh das wird eng. Oh oh für mich auch. Du stirb. Oh nein. Ich muss leider durch Jay sterben. Fuck it ey. Jawohl. Warum gerade durch Jay? Mann. Durch jeden anderen. Aber nicht durch Jay. Das kann ich verstehen. Oh Sepp. Oh Sepp und Peter. Oh nein. Ich hab auch noch mal. Ich hab überlebt. Und Jay hat abgesnackt. Das gibt's doch nicht ey. Aber Selbstmord war halt wert. Den Kill. Na find ich auch. Selbstmord ist echt okay. Selbstmord ist echt okay. Du verlierst ein Leben ne? Du hast nur 6. Ja ein Leben. Ja ein Leben. Nein. Das ist das einzige was im Endeffekt den Gewinn zählt. Nein die Kills. Ne die Kills zählen. Das ist das einzige was zählt. Ach komm. Selbstmord ist mir scheiß egal. Nur die Kills. Wollt ihr mich verarschen? Ernsthaft? Nein. Das ist echt so. Das zählen nur die Kills. Du bist so ein Spasti. Hahahaha. Nein. Ich dachte das ist so ein Last Man Standing Ding ey. Das gibt's doch nicht. Gar nicht. Verpiss dich wir werden da. Fuck you Jay. Du nicht. Scheiße. Ich hab ein Problem. Lachen. Der hab ich rausgekommen. Jetzt hab ich's wieder versaut. Er hat sich wieder selbst gekillt hier. Feige Stück. Oh. Oh. Er hat selber gekillt hier. Oh Peter ist oben. Komm Peter. Ja. So nicht. Hahaha. Fuck it ey. Was? Christian hol dir das Item. Oh nein. Da war er. Oh die hab ich schon nicht gesehen. Oh die konnte man nicht sehen. Da war der Container davor. Ja da war der Container davor. Das war scheiße. Oh Christian. Oh ne. Alles gut. Oh ne. Das ist gut. Ne Peter. Nein 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 nein. Komm schon. Komm schon. Fahr da rein Sepp. Nein. 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 Ich hab's nicht gesehen. Richtig gemein Peter. Ob ich jetzt raus. Oh nein. Oh nein. Oh fuck. Du hast Feet, Feet vernichtet. Fuck. Oh ich hab Christian vernichtet. Oh ich glaub das wird ne zerstörerische Runde von Jay. Ne ne. Oh Peter ist unten. Haha. Nein. Lol. Wir haben uns. Das gibt es nicht. Oh. Oh Gott da kommt Christian. Ja. Was nein. Scheiße. 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 Das darf nicht wahr sein. Okay. Muss er mal ein bisschen kurz machen. Wieder hat noch vier Leben. Ja. Scheiß drauf. Der kann auch nur noch zwei Kills holen. Das ist der Vorteil. Scheiße. Ah der hat nen Booster. Nein. Nein. Oh lollen Jay hat sich selber gekillt. Ich bin über die Sprungschanze katapultiert. Tod. Der hat jetzt gewonnen. Verlierer steht bei mir. Achso nidda. Bei mir steht auch Verlierer. Boooooooom. Ich hab sieben Kills. Ich hab sieben Kills. Oh shit. Das ist echt gelassen. Das wurde bisher aber immer wo die Kills sind. Ja das hat halt zufällig gepasst. Kann sein. Kann sein, dass ganz am Ende der Runde das halt über die Kills gemacht wird. Aber der Sieger halt von der Karte ist der mit zwei Siegen. Okay. Scheiße. Ja dann ist das doch nicht so cool. Es geht in die dritte Runde. Peter und Jay führen aktuell. Und äh Christian und ich müssen nochmal nachlegen eigentlich. Mal gucken was das diese Runde wird. Nein. Fuuuuscht. Scheiße. Er war schnell genug. Oh nein. Ach komm. Dann hab ich gerade geguckt wie ich am besten Jay ficken kann ne. Und was ist dann kommt mir da Peter voll. Hallo Peter. Hi. Also Jay. Oh da kommt sie. Ja Peter. Wie wärs wenn ihr euch alle mal fickt? Hä? Was haltet ihr denn davon mal? So so wie die. Ey das ist ein Witz ey. Ja Peter. Oh nein. Oh zum Glück ist Christian gestorben. Äh wie viele Kills du hast. Ich bin aber auch gestorben. Fuck. Warum seid ihr nicht durch mich gestorben? Ich hab irgendwie wieder Selbstmord begangen. Ich bin irgendwie Selbstmordkönig. Oh scheiße da hat er den Boost. Haa schlecht. Huiuiuiuiuiui. Du Lutscher. Ah der Boost der macht halt auch einen größeren Kreis ne. Das ist echt böse. Alter wie häufig ich hier runter falle das ist echt auch nicht mehr witzig. Okay ganz langsam und Vorsicht. Da hab ich gelauert. Da hab ich gelauert und gehofft. Hab ich gesehen ey. Tschüss. Was? Oh nein ich bin außerhalb der Karte. Ich bin aus. Ich bin über die Karte raus gestorben. Och Peter. Nice. Jetzt nochmal reinfallen können. Jaja ich bin gestorben. Ah ist okay. Scheiße. So. Das hat gepasst. Kack das ey. Das ist aber dich. Alter Sepp. Deine Mutter. Ja genau dann fängt. Oh. Dann fängt gerade mein Ding an ne. Genau wie das ist. Mega taktisch gerade. Oh. Oh war das knapp Junge. Nein nein. Oh Leute was flieg ich denn? Über die Karte raus oder? Nein nein. Scheiße. Doch doch. Doch doch. Doch doch, Jaiam. Äh Peter hat noch 5. Scheiße. Scheiße. Macht ja denn den ganzen Tag der Typ. Das war ein Kampf. Öinnöö. Was? Was? Das war einfach nur Pult. Bist du gestorben? Ja. Jawohl, die hat Peter getötet. Nein, das du nicht. Das war Selbstmord. Na, easy. Easy. Ach, Selbstmord. Oh, Leute. Okay, selbstmordgegangen? Wie, du hast selbstmordgegangen? Ach so, weil ich da gegen die Wand geflogen bin und nicht mehr gerade rausfahren konnte wahrscheinlich. Du bist halt gerade unter mich runtergerutscht und hast mich in die Luft katapultiert. Das ist doch ein Witz einfach nur. Na, ist klar. Zoom, zoom, zoom. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ich schaue einfach mal meine eigene Linie drüber. Zack. Schön, Jay. Scheiße. Gieß nicht. Ne, das schaue ich nicht. Fuck. Ganz ungünstige Situation jetzt hier. Ich versuche da drüber zu springen. Boah, ich bin so geil. Nein. Wir sind gegen den Container gefahren. Scheiße. Oh, Fail, Mann. Jawohl. Das ist auch wieder so Bullshit einfach nur gewesen. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Boah, zwei Leben und nur noch ein. Du hast Ice-Tier ausgelöst! Mann! Ach, Scheiße! Oh nein! Nein! Dann sterbe ich! Och, wegen der Kante und dem Boost! Nein! Komm! Mach deinen Abgang! Oh mein Gott! Ha! Ach, mies! Oh, 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 oh! Ich bin auf der Linie wieder gelandet! Ich bin auf der Linie wieder gelandet! Hier ist der Sepp gewesen! Oh, komm! Nein! Das hat Peter echt gewonnen! Och, da habe ich mich doch gerade über Jack gefreut! Egal! Er hat trotzdem die gleiche coole Animation! Wer denn da ist Lucky, du wärst ja nett! Klatsch! 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 Ich will mich auf jeden Fall! Das ist das Wichtigste! Ja! Guck mal, die Kills haben... Oh, Jay! Das war knapp, ne? Die Kills sind immer noch irrelevant gewesen da jetzt gerade! Das war knapp! Ich bin ja einen Sieg voraus! Ja, aber du hast trotzdem weniger Punkte, ne? Da zählt das wieder nicht! Guck mal hier! Hä? Das heißt, da zählt das nicht, was meinst du mit da zählt das nicht? Ja, guck mal! Jetzt bin ich dritter! Obwohl ich halt den einen Sieg geholt hab! Das ist halt voll der Nubbel! Das ist so unlogisch! Stimmt! Vielleicht kriegst du sieben Punkte, ob du erster, zweiter, dritter, vierter wirst! Und dementsprechend kriegst du Punkte! Ja, aber Jay hat gewonnen! Und von den Kills war der auch was gut! Ne, ne! Das sind meine Kills, die ich geholt hab! Ich hab einmal sieben und einmal vier geholt! Ja, dann warst du leider schlechter! Ich hab aber nicht sechzehn geholt! Ich hab immer weniger Kills geholt als du! Keine Ahnung, liebe Zuschauer! Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei GTA Online! Haut rein! Bis dahin! Tschüss! Tschüss!